Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge in Minecraft After Humans. Heute würde ich mich ganz gerne um dieses Dach kümmern. Dafür brauche ich allerdings erst mal ein wenig Holz, denn ich möchte das mit Carpenter Blöcken machen, die dann hier so ein Stroh dach bekommen. Aber wie gesagt, ich brauche unbedingt Holz dafür. Habe ich das dabei, okay. Können wir mal ein bisschen unterwegs was suchen. Am besten wäre natürlich, ich finde hier irgendwie so ein riesen Baum oder so. Brauche ich nicht so viel abholzen, also nur den Baum halt weg machen, das war's. Oh, was ist das? Moment, die brauche ich nicht. Ähm, das kann weg. Ei, ja okay, nehme ich mit. Zucchini, Wassermelone, äh, Zuckermelone habe ich noch nicht gehabt. Was hier noch ist. Moment, das kommt wieder weg. Das kommt auch weg. Okay, Gurke, Zucchini, Winterkürbis, Wassermelone. Cool. Was haben wir noch? Okay, das kommt wieder weg. Und das kann ich im Moment hier auch nicht gebrauchen. Oh, Birkenholzbrette, ich blenden wir mal hier. Kies nimmt jetzt nur Platz weg. Ich will das mal ein bisschen ordnen gerade. So, also viel Platz habe ich nicht mehr. Habe ich da eben gerade die Kürbis wieder mit aufgenommen. Toll. Weg damit. Ist da hinten noch ein Dorf. Tatsächlich. Da ist wirklich noch ein Dorf. Das werde ich mir gleich mal markieren auf der Karte. Können wir mal kurz hinlaufen. Oh, hier ist auch noch was. Neues Getreide. Oder was ist das? Gerste habe ich schon. Roggen. Cool, ich habe noch keinen Roggen. Spargel, auch sehr schön. Ach, das habe ich schon markiert. Okay. Das kenne ich schon. Was haben wir hier noch? Eine Kiwi Pflanze. Ist die reif? Nehmen wir nicht mit, die ist nicht reif. Chili habe ich schon. Schalotten habe ich auch. Und Kartoffeln habe ich auch. So, was haben wir hier? Roggen habe ich. Allerdings ist es recht viel, ne? Sind die reif? Ne. Da kommt die eine, brauche ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Hafer. Das habe ich auch schon. Das ist wieder Kiwi. Oh, hier ist Kiwi erwachsen. Okay. Noch irgendwo. Da. Da auch. Das nehmen wir dann natürlich doch mit. Chili habe ich. Und das ist Zuckermelone. Die habe ich jetzt auch. Brombeerpflanzen. Die lasse ich mal hier. Wo ist denn hier? So bin ich da. Ich kann auch die nehmen. Egal. Füllen wir mal die ein bisschen ab. Also. Das habe ich schon mal mitgenommen. Was habe ich da noch mitgenommen? Ach, ein paar Sitzlinge. Okay. 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 Die werden wir mal gleich hier einpflanzen. So. Wächst halt auch schon mal wieder nach. Das nehmen wir auch mit. So. Wie viel habe ich? Ein Steck und ein bisschen. Was? Wieso kommen hier so wenig runter? Okay. Hier haben wir noch einen Baum. Was ist denn mit dem hier? Also. Komisch gewachsen. Habe ich da alles rausgenommen? Oder ist da noch was drin? Ähm. Das gehört zum anderen Baum. Nö. Habe ich wohl alles mitgenommen. Okay. Nehmen wir mal mit. Was war das hier? Oh. Vielleicht kann man das ja aufhängen. Moment. Den schmange ich raus. Brauche ich nicht. Jetzt habe ich ihn wieder mitgenommen. Toll. Oh. Oh. Cooler Baum. Das ist ja dieser Eukalyptusbaum. Das gibt eine schöne Farbe. Ah, die lasse ich aber erstmal hier stehen. Cool. Oh. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Dann muss irgendwas weg. Ach komm. Die Leiter kann gerade weg. Ja. Die ist kaputt. Toll. Okay. Dann war es das auch. Da ist noch so eine Pflanze. Das ist hier noch eine. Die habe ich glaube ich schon. Hm. Auch eine orange Pflanze. Was wirf ich denn dafür weg? Ähm. Ne. Mama wirf ich auf keinen Fall weg. Hier. Das kann ich ergriffen. So. Mal gucken, ob man die Pflanzen aufhängen kann. Das wäre natürlich cool. Dann hätte ich mehr von diesen Orangen. Ich habe da ja nur eine hängen. Bisher. Bisher. Oh. Ich muss kriegen was essen. So. Also. Bauen wir später. Die kommen erstmal hier rein. Ähm. Okay. Die Sachen kommen wieder hier rein. Bis ich sie brauche. Das kommt auch dazu. Okay. Dann kann ich mich jetzt mal hier rum kümmern. Das kommt auch mit dran. Und das werden wir auch gleich mal klein machen. Okay. So. 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 Das kommt da mit hin. Direkt da. So. Und da würde ich ganz gerne diese Stufen haben. Ich weiß es gibt auch noch diese ähm. Dreiecke da. Aber ich möchte das ganz gerne mit Stufen machen. Diese andere. Moment. Die Carpenter. Da. Diese Teile. Keilförmige. Genau. Die sind mir zu spitz in dem Fall. Ähm. Mit denen. Sieht das wahrscheinlich gar nicht mal schlecht aus. Ich probiere es jedenfalls aus. Das hier kann man immer noch nehmen wenn es soweit ist. Und es nicht passt. So. Das kommt auch mal mit rein. Nehmen wir noch mit. So. Okay. Die rühre ich noch nie im Leben. Ich brauche mehr davon. Ah. Hier ist noch ein Stack. Cool. Okay. Und. Das kommt noch da. Sehr gut. Mach ich noch ein paar mehr. Toll. Okay. Jetzt habe ich doch einige. So. Gehen wir mal kurz schlafen. So. Guten Morgen. Die Sonne lacht. Los geht's. So. Jetzt muss ich erstmal da hochkommen. Ähm. Wie komme ich denn da hoch? Moment. Ähm. Brauche ich mir eine kleine Treppe hier ran. Und schon bin ich dran. Sehr gut. Die Frage ist. Ich muss wieder runter. Toll. Also. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Was soll denn das hier? Mist. Hm. Moment. So. So. Probier ich's nochmal. So geht's nicht. So. Dann halt so. Jetzt geht's. Ja klar. Was? Was? Oh Gott. Kann ich was in hier. Okay. Klar. Okay. Dann muss ich das später machen. Mein Gott. wenn du es nicht willst. Wenn du es nicht willst. Sag mal. Nämlich veralbern hier. hier. So. Hier kommt das so. Und dann kommt das nach da. Nein. Das kommt wieder so. Und das kommt in die Mitte. Okay. So. Jetzt die Frage. Die Frage. Ob ich hier noch einen höher gehe. Ich probiere das mal so aus. Moment. Dann müsste ich aber hier eigentlich große Kappe dahin machen. Okay. Machen wir später. Toll. Toll. Nein. Ja klar. So. Jetzt wieder raus. Bin ich wenigstens hier drauf. Moment. So komme ich gar nicht rüber. So. 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 runtergerutscht das kann wieder weg, das auch und das auch und das kommt da hin ok, dann kann ich gleich mal andere Carpenter machen so, dann muss ich jetzt mal das wieder machen so, machen wir noch einen ok dann, ja das nehmen wir natürlich mit, könnte ich mir hiervon gleich noch was mitnehmen dann brauche ich hier meine Carpenter Blöcke toll weg damit so, dann ist es hier schon mal zu dann machen wir gleich hiermit weiter ne, hier darf ich nur einen Element rein machen so das kommt wieder weg ok ok achso dass wir hier ja oh ich habe keine mehr da habe ich noch welche 24 ok, machen wir noch ein paar das müsste jetzt auch eigentlich reichen für das Dach da vernehme ich mal nur die Hälfte weg vielleicht brauche ich davon noch ein paar nochmal so ok 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 Ich glaub den Baum muss ich immer mal wegholzen hier, geht der gar nicht, der ist schon wieder hier an der Mauer dran. Das Ding. Ähm, hab ich hier den Übergang zum anderen Dach, oder was, ja, wie mach ich das denn jetzt, das sieht irgendwie komisch aus, naja, eigentlich so, ne, anders geht's ja gar nicht, naja, so ist richtig, okay, dann komm ich jetzt mal hierzu, mal gucken wie das aussieht, da bin ich gespannt, so, das mach ich dann nach. Hä, wie sieht denn das aus, wie sieht denn das aus, äh, das sieht aber seltsam jetzt aus, Moment, hol ich mal wieder raus. So, wenn ich jetzt das wieder, wenn ich das von vorne vielleicht da reinmache, geht das dann besser? Nö, sieht genau so aus. Hm, Moment, machen wir so? Das sieht ja komisch aus, ist ja total doof, wieso ist das nicht komplett zu? Das sieht ja seltsam aus, das ist nur zur Hälfte hier, das ist nicht komplett zu, verdammt. Hm, das verärgert mich jetzt aber ein bisschen, kann ich auch nicht gebrauchen, so. Kann ich ja noch durchschauen. Ne, kann ich aber auch nicht wegmachen. Toll. Schade. Dann kann ich das alles wieder abnehmen. Nein, oh, falle ich hier noch runter. So, was nehme ich dann, ist die Frage. Gut, ich könnte natürlich ein Holzdach nehmen. Holzdach würde mit Sicherheit funktionieren. Sieht das anders aus, wenn ich die Dinger als, ähm, Block zusammenstelle, im Moment. Machen wir mal einen Block daraus. So. Dann mache ich das mal da oben drauf. Gut. Ach ja. Sieht ja noch bescheuert aus. Geht nicht. Kann ich nicht nehmen. Na gut, was nehme ich dann? Ich könnte Stein nehmen. Einen Stein dach. Moment, ich habe doch hier Bruchstein verschiedene Sachen. Das kann erstmal wieder weg. So, das kann ich erstmal weg tun alles. Das brauche ich erstmal nicht. Äh, Birkenholzblätter kommt da hin. Das kommt auch da hin. Und das kommt, ne, das kommt da nicht hin. Das kommt hier mit hin. So. Okay. Und. Bruchstein habe ich den hier. Das ist alles Kies. Das ist nur Stein. Da habe ich einen Bruchstein. Dann brauche ich meinen Chisel mal. Also, was habe ich denn hier für Steine drin? Hmm. Einen Orangenstein könnte man ausprobieren. Vielleicht geht er ja. Oder einen gelben. So ein buntes Sack will ich aber auch nicht haben. Okay. Dann habe ich noch Stein gehabt. Wie sah das denn eigentlich aus? Wo habe ich Stein? Das war Bruchstein. Ist nicht das richtige? Das hier ist Stein. Also, schauen wir uns das mal an. Vielleicht probieren wir mal das hier aus. Vielleicht geht das ja. Mal schauen, wie das wirkt. Moment. Aber im hellen bitte. So. Nächster Versuch. Aha. Gehen tut es auf jeden Fall schon mal. Gar nicht so schlecht aus. Was soll ich denn noch für Möglichkeiten? Moment. Gehe ich das mal weg und suche mir einen anderen aus. Also, das ist ein gemeisterter Steinziegel. Das ist auch so dunkel. Das ist auch so dunkel. Können wir das ja ausprobieren. Oh, das gefällt mir auch ganz gut. Oh, falle ich wieder runter. Nur, was ist besser? Das dunkle hier? Gut. Ich habe natürlich hier auch schon überall dunkel. Mir gefällt das mit dem blauen richtig gut. Oder mit dem grauen. Grauen mit braun. Hat schon was. Ich glaube, das werde ich so machen. Das andere sieht aber auch cool aus. Schwer. Die Entscheidung ist schwer. Das geht erstmal weg. So. Dann brauche ich den Schüssel wieder. Und. Dann. Wo habe ich das? Da. Das nehme ich mir erstmal. Das war Bruchstein. Bruchstein. Ich habe hier nur Bruchsteine drin. Toll. Da. Und hier mache ich den Bruchstein wieder rein. Halt. Das war ein Stein. Dann können wir das nochmal schüsseln hier. So. Okay. Was? Habe ich zu viel draufgepackt? Ja. Da habe ich zu viel drauf gemacht. So. Toll. Was? Nein. Nein. Hier oben könnte man später die Solaranlagen draufbringen, das wäre natürlich eine coole Geschichte. Dann haben die auch gleich ihren Platz. So, das hat erstmal zugemacht hier. Was? Falscher Stein. Moment, den schiesel ich gleich wieder zurück hier, dass das gar nicht nochmal passiert. Oh, da liegt auch noch einer rum. Toll. Habe ich gleich wieder einen auf. Mist. Ja. Hm, vielleicht sollte ich hier doch noch einen höher gehen. Doof. Jetzt, wenn ich das so sehe, ist es vielleicht noch ein bisschen zu glatt. Na, ich werde es hier erstmal fertig machen. Ah, jetzt habe ich schon wieder den blöden Stein da mitgenommen. Komm, jetzt habe ich ihn weg. Blödes Ding. Nein. Wo ist das jetzt? Da. Falscher Stein. So. Komm her. Komm her. Was? Was mach ich denn? Ja klar. Nein, hab ich den Fehler gemacht. So, jetzt ist es wieder wie gehabt. Wo war dann hier noch was zu viel drauf? Da, da war es doch da. So, das hab ich schon mal wieder. Und dann war hier noch irgendwo ein Stein zu viel. Da nicht. Da. Gut. Oh, ich hab keine mehr. Hab ich hier auch keine Steine mehr drin? Ne. Okay. Okay. Muss ich mir ein paar holen. Ne. So, besser. Okay. Schüsseln wir sie gleich mal. So. Sehr gut. Hm. Ist vielleicht doch ein bisschen sehr dunkel. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so bleibt. So. Und dann müsste ich das ja hier natürlich weitermachen. Ich schau mal das von der anderen Seite mal an. Na ja. Hm. Hm. So schlecht sieht es jetzt gar nicht aus. Die Frage ist, gehe ich jetzt hier tatsächlich noch einen weiter runter oder lass ich es bleiben? Ich mach den mal wieder weg. Äh. Das, den brauch ich. So. Das machen wir auch mal alles weg hier. So. Schauen wir es noch mal an. Hm. Hm. Nö. Das kann eigentlich so bleiben. Also, ich glaub nicht, dass ich hier noch spitze dazu laufen lassen muss. Zweite Frage, die sich stellt, ob ich hier oben auch wieder diesen grauen Stein nehmen soll oder ob ich hier eine Unterbrechung mache und irgendwelche anderen Steine dafür nehme. Hm. Hm. Ich könnte das auch noch ein Stück vorstehen lassen. Die Variante gibt es auch noch. Okay. Wie würde das aussehen, wenn ich das hier nur jetzt so ansetze? Nein. 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 So. Ja. Klar. So. Äh. So. Wie wird denn das aussehen? Etwas ziltsam. Äh. So kommt es auf keinen Fall. Hm. Okay. Okay. So. So. Dann mach ich das mal weg hier. Moment. Da könnte ich mir eigentlich mal die Schaufel holen. Und das damit machen. So. Okay. Damit geht es natürlich wesentlich besser. So. Jetzt nehmen wir uns mal das. Und. Ähm. So. Mach das mal so. So. Na. Ich komme nicht ran. Ich gehe da von rein. Von innen geht das vielleicht besser. Ähm. So. Okay. So. Hier müsste ich dann vielleicht auch das oben ran machen. Mal schauen. So. Ah. Ja. Da ist schon alles okay. Da auch. Und das ist auch alles zu. So. Wie sieht das jetzt aus? Ich glaube, ich lasse das hier noch einmal überstehen. Ein Stein weiter. Moment. Müsste ich einmal wieder da hoch. Und. Ähm. Nein. Nicht runter. Oh. Fand ich schön einmal wieder runter. Noch. So. Bin ich wieder oben. Dann. Kommt das Ding erst mal weg. So. Dann brauche ich die Treppenstufen nochmal. Und. Komm ich denn da jetzt ran. Nein. Macht da grundsätzlich einen falschen. Toll. Das ist was anderes. Das mache ich mal hier genauso. Und hier. Ich möchte das hier oben. Dann müsste ich es ja eigentlich auch überstehen lassen. Moment nochmal so. So. Dann brauche ich meinen Hammer. Das ist der Richtige. Ja. So. 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 Okay. Ne. War zu weit. Okay. Dann brauche ich die Steine wieder. Da. Nein. So. So. Wie das jetzt aussieht. Na. Hallo. So. 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 Schauen wir mal auf den Weiten lieber. Mhm. Das da gefällt mir nicht so. Wobei. Ich überleg mir das mal. Okay. Damit ist die heutige Folge auch wieder zu Ende. Ich hoffe wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.